Wir haben es wirklich schön gemacht, oder? Wir machen einmal in der Woche die Show. Und die Show in dieser Woche, die heißt Sendung mit Arsch. Und wir bräuchten einen Arsch. Also jetzt so hinten, nicht als Person, als Charaktereigenschaft, sondern einfach einen Arsch, den wir filmen könnten. Schutzmasken? Kannst du kaufen bei uns? Nein, nein. Okay, dann morgen. Wir sehen uns morgen. Okay. Danke, ciao. Mit, sorry? Sendung mit Arsch, die warten wir morgen. Und wir suchen Arsch, den wir filmen. Also Arsch nicht als Charakter, sondern einfach... Brauchst du Schutzmaske? Nein. Ja, viel Erfolg. Kann ich dann später noch was daraus vorlesen. Danke. Familienfest da. Richtiges Familienfest. Da findet man sicher jede Menge Arsch. Wenn ihr in der Show abzackt, online könnt ihr reinschauen. Und die nächste Sendung heißt Sendung mit Arsch. Kulau. Kulau. Ja. Wir suchen Arsch. Also nicht Charakter. Wir suchen Arsch. Wir hoffen, wir finden einen. Also so, das hat jetzt nicht geklappt, oder? Wir sind am Domino spielen alle. Aber Arsch will keiner sein. Ja. Jetzt machen wir uns an die Frauen ran. Immer ein schwieriges Thema. Viel zu weit. Viel zu weit. Wir fangen da noch. Ja, ich glaube, ich habe dich schon gesehen. Ja, genau. Ja. Ja. Und wir dachten, für die Woche tragen wir... Wir freuen uns an den Arsch. Ja. Okay. Oh. Entschuldigung. Ja. Okay. Ja. 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 Und er will auch nicht. Er will auch nicht. Sorry. Sorry. Nicht, dass er glaubt, dass ich jetzt in den letzten vier Wochen Alkoholiker geworden bin. Aber das Infektionsmittel stinkt so. Wenn in den Kunstraum geht, immer vorher eine Schutzmaske aufsetzen. Weil, damit man sich nicht infiziert an der Kunst. Da hat es ja relativ viele Leute. Ja. Aber es ist niemand, der hier ist. Was ist dein S? Nein. Anonymisch. Anonymisch. Wir brauchen nur ein S. Aber nachdem du ein Dokumentar machen willst, wirst du das zeigen? Es ist live. Aber gute Glück. Du auch. Danke. 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 Danke.